Ich habe mir jetzt mal die Verkündung der neuen Klubführung bei Borussia Dortmund und das Erreichen des Champions-League-Halbfinals plus daraus resultierende Mehreinnahmen zum Anlass genommen, um den dennoch verbesserungswürdigen Kader zu verbessern bzw. zumindest mal Vorschläge dafür zu liefern. Zunächst einmal interpretiere ich die Einstellung Mislintats und die Beförderung Ricken so, dass man wieder eher davon weggeht, gestandene, ältere und vor allem aus der Bundesliga bzw. deutsche Spieler zu kaufen und den Fokus wieder vermehrt auf Talente aus anderen Ligen und anderen Nationen setzt. Positionstechnisch sehe ich vor allem auf zwei Positionen Bedarf, nämlich auf der Rechtsverteidiger und auf der Sechser-Position. Zwei weitere Problemstellen hat man ja schon im Winter mit Leitransfers abgedeckt, nämlich links hinten mit Ian Marzen und auf dem offensiven Flügel mit Jadon Sancho. Und das Ziel sollte auch sein, beide zu halten, sofern das finanziell irgendwie möglich ist und deshalb ist mein erster Vorschlag wenig originell. Ich habe mich jetzt mal auf einen festgelegt mit Ian Marzen. Sancho wäre natürlich auch wichtig, da er immer besser in Form kommt und immer wichtiger wird. Nichtsdestotrotz sollte der Fokus positionsbedingt eher auf Marzen und einem Sechser-Plus-Rechtsverteidiger liegen. Wenn man Sancho natürlich dennoch irgendwie bekommen kann, wäre das auf jeden Fall wichtig. Aber da spielen nochmal so viele andere Punkte rein. Wer wird nächste Saison United-Trainer? Wie viel würde er kosten? Deshalb nehme ich ihn jetzt mal nicht. Auf dem Flügel hast du auch noch Alternativen mit Beino Gippens und so weiter. Deshalb sollte man den Fokus eher auf Marzen legen, der natürlich auch ordentlich Geld kosten würde. Es ist die Rede von einer 40-Millionen-Ausstiegsklausel. Vielleicht bekommt ihn Dortmund günstiger, weiß ich nicht. Aber ich finde, man sollte ihn auf jeden Fall verpflichten, weil du einerseits einen Spieler bekommst, der jetzt die Rückrunde bei dir essentieller Stammspieler war. Und von dem du wirklich weißt, was du bekommst, der schon ein wichtiger Bestandteil deines Spiels ist. Und falls der wegfallen würde, wäre das erstmal noch eine Schwächung. Und andererseits ist Marzen noch sehr jung. Deshalb hätte er auch, falls es nicht ganz so aufgehen würde, was ich nicht glaube, da man schon sieht, dass er wirklich gut ins Spiel reinpasst, einen guten Wiederverkaufswert und generell wirklich ein großes Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln. Daher würde ich dem BVB auf jeden Fall raten, ihn fest zu verpflichten. Du hast mit ihm auch viele Möglichkeiten, wie du ihn einsetzt, wer auch immer Trainer in der Zukunft sein wird. Jetzt wird es auf jeden Fall erstmal Terzic bleiben, aber es ist eigentlich egal mit Marzen, wer Trainer ist. Er ist so flexibel von seinen Positionen, die er spielen kann. Also er kann sowohl Linksverteidiger, aber auch Linksaußen Schienenspieler spielen. Hat bei Chelsea in der Hinrunde auch hin und wieder auf dem rechten Flügel gespielt. Aber auch realtaktisch gesehen kann er sowohl die Breite besetzen, gute Flanken schlagen. Ist aber auch technisch so stark, dass er ins Mittelfeld inverse einrücken kann und da im Spielaufbau helfen kann. Kann aber auch im letzten Drittel in den linken Halbraum einrücken und da mit seinem Kreativspiel oder mit seinem guten Schuss wirklich einen Mehrwert bieten. Und so ist Marzen ein klares Upgrade zu Ben Zibaini, da er einfach das progressive Element ins Dortmunder Spiel reinbringt. Sowohl mit Pässen, aber auch mit balltragenden Läufen. Schwächen hat er natürlich noch physisch und vor allem im Kopfballspiel hat er da vor allem aufgrund seiner Größe natürlich noch Mängel. Aber ich glaube darüber kann man hinwegsehen, wenn man seine Stärken vor allem mit ball betrachtet. Und für die Rechtsverteidigerposition, zu der wir jetzt übergehen, habe ich mir einen Spieler mit einem relativ ähnlichen Profil rausgesucht. Vielleicht werden jetzt viele fragen, Riazon macht das doch eigentlich ganz gut. Und ja, er macht das ganz gut mit seinen Fähigkeiten, die er hat, passt sich da gut an das Niveau der Mannschaft an. Nichtsdestotrotz fände ich da ein Upgrade auf jeden Fall hilfreich. Und gerade das Profil von Arnaud Martinez, für den ich mich entschieden habe, würde Riazon glaube ich ganz gut ergänzen. So hast du einen etwas älteren Spieler, von dem du weißt, was du bekommst, der einfach gut gegen den Ball arbeitet. Generell eine gute Arbeitsrate hat, aber technisch ein bisschen limitiert ist und er den Sicherheitspass wählt und nicht wirklich das progressive Element im Passspiel mitbringt. Und auf der anderen Seite hättest du dann mit Martinez einen jungen Spieler, der viel Potenzial hat, ihn herausfordern könnte und dessen Stärken nochmal in anderen Bereichen liegen. Ich habe euch hier jetzt mal seinen aktuellen FB Ref Bericht eingeblendet. Allerdings muss man hier sagen, er ist in dieser Saison kein Stammspieler bei Chirona, aber genau das macht ihn, wie ich finde, so interessant, denn dadurch ist er auf jeden Fall zu haben. Der hat dann nämlich mit Jan Kautou einen ähnlich talentierten Rechtsverteidiger vor sich, der einfach nochmal ein Jahr älter ist, der ihm in dieser Saison den Rang abgelaufen hat. Und ja, bei dem läuft die Laie aus, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der vielleicht nochmal eine Saison bei Chirona bleibt. Und dann fände ich aus der Perspektive von Arnaud Martinez definitiv einen Wechsel interessant. Bei Dortmund würde er wahrscheinlich, wenn er die Leistung zeigt, auf mehr Spielzeit kommen. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht so, okay, warum schlägt man den vor, ist nicht mehr Stammspieler. Die Statistiken hier sehen jetzt auch nicht allzu gut aus. Aber in der Saison zuvor hat er schon gezeigt, dass er wirklich auf gutem Niveau unterwegs ist. Klar, da war Chirona noch nicht ganz so stark wie jetzt, aber man hat auf jeden Fall schon in Ansätzen gezeigt, dass man so gut sein kann. Vor allem gegen Ende der Saison. Und damals war Arnaud Martinez Stammspieler. Wir sehen auch hier bei den eher schlechteren Statistiken, dass er jetzt nicht allzu viel Spielzeit hat, wurde oft eingewechselt. Da ist es dann einfach schwierig. Und jetzt schauen wir uns mal die Stats von der vergangenen Saison an. Deutlich mehr Spielzeit und das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Und unabhängig davon habe ich ihn tatsächlich damals in mein La Liga Team der Saison reingepackt als Rechtsverteidiger, was auf jeden Fall schon mal echt stark war. Für einen damals immer noch erst 20-jährigen Spieler ist er auch U21-Nationalspieler von Spanien. Also er hat auf jeden Fall schon gezeigt, was er kann. Zu seinem Spielerprofil muss man sagen, er ist ähnlich flexibel wie Marzen. Er ist körperlich noch mal ein bisschen stärker. Jetzt auch nicht überragend, aber im Vergleich zu Marzen hat er da auf jeden Fall mehr zu bieten. Kann zum Beispiel auch den rechten Innenverteidiger in der Dreierkette geben, aber genauso den Rechtsverteidiger in der Viererkette oder auch den rechten Schienenspieler ist da eben genauso flexibel wie Marzen. Da er technisch als Spanier natürlich extrem gut ausgebildet ist, kann ebenfalls invers agieren, ins Mittelfeld einrücken, aber auch außen die Breite besetzen. Und das macht ihn halt eben so unberechenbar und so stark. Und so hat er seine Stärken definitiv im Passspiel. Seine größte Stärke, wie ich finde, ist das Flankenspiel und genau das würde ja bei Dortmund auf jeden Fall helfen, wenn man weiterhin auf Füllguck vorne drin setzt. Oder einen Allaire, kann ich natürlich alles nicht wissen, wie es in der Zukunft aussieht. Aber rein vom aktuellen Setup würde das offensiv auf jeden Fall passen. Zudem ist er auch für einen Außenverteidiger relativ kopfballstark und gegen den Ball grundsolide. Kommen wir zur nächsten Position und zwar der 6 und da ist die Situation natürlich ein bisschen schwierig. Man hat ja vergangene Saison Edson Alvarez holen wollen, hat dann eben Emre Can zum Kapitän gemacht und absoluten Stammspieler auf der 6. Seine Leistungen sind hin und wieder ganz gut, aber halt überhaupt nicht konstant, hat dann immer wieder schlechte Spiele, ist technisch nicht der Beste und braucht immer wieder zu viele Kontakte und ist da halt ein bisschen zu langsam. Gegen den Ball ist es ja ganz okay, dennoch öffnet er immer wieder Räume. Seine Positionierung ist nicht die Beste und der 6. Raum ist da oft nicht ganz so gut besetzt. Auch im Ballbesitz gefällt mir seine Positionierung häufig nicht ganz so gut und ich finde es wäre an der Zeit für ein Upgrade auf der Position, beziehungsweise einen Spieler, der der gegen den Ball das gleiche liefert, dich aber im Spiel mit Ball nochmal deutlich verbessert und auch etwas jünger ist, der noch mehr Potenzial hat. Und die perfekte Lösung wäre, wie ich finde, Mats Wiefer. Ich habe ihn schon vor einem Jahr dem BVB vorgeschlagen, noch bevor Can zum Kapitän wurde und als es schon Gerüchte um Edson Alvarez gab. Denn Wiefer erfüllt für mich genau die Kriterien eines modernen, tiefen Sechsers. Mit 1,88 Meter Körpergröße bringt er genau die nötige Körperlichkeit und Härte gegen den Ball mit, hat aber nichtsdestotrotz die Übersicht und die Qualitäten mit Ball, um wirklich entscheidende und gute Pässe zu spielen. Als ich ihn vor einem Jahr vorgeschlagen habe, wäre der Transfer wahrscheinlich schon relativ riskant gewesen. Damals hatte er erst seine erste Saison für Feyenoord gespielt und generell würde ich ihn schon eher als Spätsünder bezeichnen, ist mittlerweile 24 Jahre alt. Und gerade deshalb, weil er erst mit 23 Jahren so wirklich entdeckt wurde und bei Feyenoord bei einem Topklub auf gutem Niveau gespielt hat, würde ich ihm auch noch ein höheres Potenzial attestieren wie einem gewöhnlichen 24-Jährigen. Also da ist definitiv noch Luft nach oben, auch wenn er jetzt schon auf einem guten Niveau unterwegs ist. Sein statistisches Profil, wie es hier gerade eingeblendet ist, liest sich natürlich überragend. Da muss man aber sagen, das ist im Vergleich zu den Top 10 Ligen, also das Niveau ist da nicht ganz so krass und dass er da so hervorsticht, ist natürlich gut, aber muss jetzt nicht unbedingt viel heißen. Deshalb hier nochmal seine Statistiken aus der aktuellen Champions-League-Saison und genau das meinte ich auch gerade eben, vor einem Jahr wäre der Transfer noch viel riskanter gewesen, aber jetzt hat er die Leistung aus seiner ersten Saison bei Feyenoord nochmal bestätigt und auch in der Champions-League gezeigt, dass er wirklich auf diesem Niveau mithalten kann. Hat unter anderem jetzt auch ein paar Länderspiele gemacht, also er ist schon wirklich auf einem guten Weg und gerade wenn wir die Statistiken hier in der Champions-League anschauen, dann ist er halt genau in den Bereichen, die ein Sechser braucht, gut. Er hat ein gutes Passspiel, vor allem progressiv, er selbst ist nicht der dynamischste Spieler, kann nichtsdestotrotz auch mal als Achter spielen oder auch als Innenverteidiger, aber ich sehe seine Idealposition schon auf der Sechs und gerade sein Stellungsspiel gefällt mir da im Vergleich mit einem Emre Can sehr gut. Wir sehen hier, was abgefangene Bälle angeht, war er auf einem sehr hohen Niveau unterwegs und konnte da wirklich überzeugen. Auch ansonsten, was Kopfball-Duelle angeht, auch wenn man mal hoch presst, ist er wirklich stark, hat er viele erfolgreiche Offensiv-Zweikämpfe und nicht zu unterschätzen ist auch sein Offensiv-Output, hat eine extrem starke Schusstechnik, vor allem aus der Distanz und auch im Kreativspiel hat er seine Stärken und kann so immer wieder Chancen kreieren für die Spieler vor ihm. Preistechnisch wird es natürlich interessant, hat einen Marktwert von 27 Millionen, was Feyenoord da verlangen wird, sein Vertrag läuft auch noch länger bis 2027, von daher wahrscheinlich eine Ablöse im Bereich von 30 bis 40 Millionen. Hört sich natürlich erstmal nach viel Geld an, aber wenn man das investieren könnte, dann hätte man entweder für einige Jahre Ruhe auf der Position und einen wirklich guten Spieler für das Niveau des BVB auf dem Feld oder er würde sich so krass entwickeln, dass man ihn für viel mehr Geld nochmal weiterverkaufen kann, aber auch dann würde sich die Investition jetzt auf jeden Fall lohnen. FIFA bin ich auf jeden Fall richtig überzeugt von, der wird in Zukunft definitiv noch für einen europäischen Top-Klub in einer Top-Liga auflaufen. Wenn es nicht der BVB ist, dann eben ein anderer. Das soweit mal meine drei Transfer-Vorschläge für den BVB für die kommende Saison. Mal schauen, wie es sich entwickelt, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Vorschlägen in die Kommentare oder gerne auch andere Vorschläge, die ihr im Kopf habt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!